Hallo Das ist ja eine Weißkollektatur Da bin ich mit Ralschlafen und so so mit Wasser Ja, die kennt Seier Ja, die kennt Seier Nein, nein, ist das Red Bull, nein? Ja, jetzt Was ist der Urscheiß? Das schmeckt dem Scheiß Es hat gar nicht mehr so viel wie ich das normal Was ist der Urscheiß? Ja Komm, trink doch einmal Ja, ich weiß nicht, normal Uwe ist noch besser, weil da hat sowieso nichts der Masse, verstehst du? Ja, du brauchst Ja, es fehlt sich bei der Masse für zwei Jahre Wir brauchen auch noch eine Schraube Ist da auch ein Schluck? Nein, da ein Gefühl Ja, da braucht es ja auch noch Zum Besten